Wieso Steuer? Ist die bei euch mit Abstand beliebteste Steuersoftware? Aber ist sie auch die beste? Eine Steuersoftware oder eine Steuer-App hilft euch natürlich dabei, eure Steuererklärung schnell und einfach zu machen und die Kosten für einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein zu sparen. Aber welche Software bzw. welche App in eurem Fall am besten geeignet ist, das erfahrt ihr mit den Ergebnissen aus unserem Steuersoftware-Test. Viel Spaß bei diesem Video. Ich bin Saidi von Finanztip. Wenn dir dieses Video dabei hilft, deine Steuererklärung schneller und einfacher zu machen und vielleicht auch mehr rauszubekommen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und uns für dieses Video auch einen Like dalässt. Vielen Dank. Was sind die Ergebnisse unseres Tests? Dass wir euch zum einen drei Steuersoftwares, zum anderen drei Steuer-Apps empfehlen können. In der Steuersoftware macht ihr eure Steuererklärung in aller Regel am PC, mit einer App natürlich am Handy. Für die Softwares haben wir uns eines Metatests bedient. Das heißt, wir haben die Tests von Computer Build, Focus Money, Finanztest und im Test ausgewertet und daraus eben dann drei Empfehlungen abgeleitet. Bei den Steuer-Apps haben wir insgesamt acht Stück getestet, anhand von zwei Musterfällen und da kamen dann ebenfalls drei gute Apps raus. Wir gehen erst die Empfehlungen für die Steuersoftwares durch. Da gilt allgemein die Regel, je schwieriger, je komplizierter euer Steuerfall ist, desto wahrscheinlicher ist es der Fall, dass ihr mit einer Steuersoftware im Vergleich zu einer Steuer-App richtig aufgehoben seid. Bei den Steuersoftwares lautet die Antwort Ja. Dort hat Viso-Steuer am besten abgeschlossen, mit 100% in unserem Metatest. Viso-Steuer ist wirklich eine umfassende Software, die grundsätzlich für jeden geeignet ist. Sowohl für Anfänger, also wenn du zum ersten Mal eine Steuersoftware benutzt, als auch wenn du bereits ein bisschen Erfahrung hast und vor allen Dingen einen komplexen Fall da hast. Viso unterstützt euch mit zahlreichen Hilfetexten und Videos und die Daten werden in der Cloud gespeichert. Das heißt, ihr könnt über verschiedene Plattformen mit der Steuererklärung umgehen. Das bedeutet zum Beispiel, ihr könnt am Handy anfangen und das Ganze dann am PC zum Beispiel fertig machen. Ihr könnt das Ganze aber auch nicht über die Cloud machen, das heißt, ihr könnt die Daten auch verschlüsselt auf eure eigenen Festplatte zum Beispiel abspeichern. Außerdem gibt es bei Viso die Möglichkeit, dass ihr eure Belege einscannen könnt und dann eben sammeln könnt und damit dann auch gesammelt ans Finanzamt schicken könnt, falls das vom Finanzamt gefordert wird. Viso bietet außerdem verschiedene Schnittstellen zu anderen Programmen. Zum Beispiel könnt ihr Buchungen aus eurem Online-Banking direkt in eure Steuererklärung übernehmen. Und außerdem braucht ihr kein Elster-Zertifikat für die Benutzung von Viso. Das heißt, ihr müsst nicht den Umweg über Elster gehen, wie bei manch anderer Steuersoftware. Und mit Viso könnt ihr auch eine Steuererklärung für eure Photovoltaikanlage abgeben. Das Ganze hat aber seinen Preis. Viso Steuer kostet regulär 45,99 Euro für maximal fünf Steuererklärungen im Jahr. Wenn ihr ein Abo bei Viso habt, dann zahlt ihr für die Steuererklärung für 2023 35,99 Euro. Also, für wen ist Viso Steuer besonders geeignet? Naja, dann, wenn ihr ein ziemlich umfassendes Programm benötigt, weil ihr eben einen komplizierten Fall habt. Aber auch dann, wenn ihr schon absehen könnt, ja, mein Fall ist vielleicht jetzt noch relativ einfach, aber in den nächsten Jahren, da kommen immer mehr Sachen dazu, deswegen wird es komplizierter, weil ihr wollt ja vielleicht dann nicht mehr auf ein neues Programm umsteigen müssen. Warum? Weil ihr in Viso bereits einmal eure grundlegenden Daten bereits eingegeben habt und dann natürlich in die Folge Jahre übernehmen könnt. Auf dem zweiten Platz in unserem Metatest mit 89% ist die Steuersparerklärung gelandet. Die ist auch ziemlich übersichtlich, die gibt es aber nur als Software für den PC oder für den Mac, also nicht im Browser oder als App. Erklärung ist es grundsätzlich so, dass eure Daten verschlüsselt auf eurer Festplatte abgelegt werden und die ist auch für Selbstständige und Freiberufler geeignet. Auch bei der Steuersparerklärung könnt ihr eure Belege einscannen und außerdem gibt es so eine Art Interview, einen roten Faden, der euch durch die Steuererklärung durchführt, damit ihr auch nichts Wichtiges vergesst. Von der Steuersparerklärung gibt es drei Versionen. Die Standardversion, die kostet um regulär 33,95 Euro für maximal drei Steuererklärungen im Jahr. Wenn ihr ein Abo habt, dann kostet sie nur 27,95 Euro. Bei der braucht ihr aber ein Elster-Zertifikat. Kein Elster-Zertifikat benötigt ihr dann bei der Flex-Version. Die kostet regulär 36,95 Euro und 29,95 Euro im Abo. Und dann gibt es noch die Plus-Version, mit der könnt ihr auch eure Photovoltaikanlage in eure Steuererklärung eingeben. Die kostet regulär 46,95 Euro und im Abo 39,95 Euro. Für wen ist die Steuersparerklärung geeignet? Naja, wir finden den roten Faden schon gut. Das heißt, wenn ihr eine klare Struktur bei dem Programm haben wollt, dann ist es auch für umfangreiche Fälle geeignet, ebenso eben für Selbstständige und Freiberufler. Die dritte Software, die wir euch empfehlen, ist TAX 2024 mit 94 Prozent in unserem Metatest. TAX ist sozusagen die abgespeckte Variante von Viso, ist nämlich vom gleichen Hersteller, von Bool und ist halt für einfachere Steuerfälle gut geeignet. TAX gibt es nur für Windows, nicht für den Mac und es gibt auch keine Cloud-Anbindung. Das heißt, eure Daten werden, verschlüsselt, auf eurer Festplatte gespeichert. Es ist einfach zu bedienen. Der TAX-Lotse führt euch durch die Steuererklärung durch und ihr braucht auch kein Elster-Zertifikat. TAX 2024 ist relativ günstig, kostet regulär 19,99 Euro und wenn ihr ein Abo habt, 15,99 Euro. Für wen ist TAX 2024 geeignet? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Für Angestellte, aber auch für Studierende oder Rentner, die einen einfachen Steuerfall haben. Aber nicht für jemanden, wenn ihr was mit Umsatzsteuer oder Gewerbesteuer zu tun habt. Wie schon am Anfang gesagt, die Steuersoftwares sind dann was für euch, wenn ihr die Steuererklärung gerne am PC vor allen Dingen machen wollt. Aber viele von uns sind natürlich an Handybenutzung gewohnt. Und auch daran, dass so ein Programm, so eine App in dem Fall dann natürlich, uns gut durch die Sache durchführt. Dass man halt selbst nicht so viel wissen muss. Und deshalb sind die Steuer-Apps vor allen Dingen dann was für euch, wenn ihr nicht so viel Steuerwissen habt und die ganze Sache möglichst einfach erledigt haben wollt. Voraussetzung ist aber auch, dass euer Steuerfall zum Beispiel als Angestellte oder Angestellter relativ einfach ist. Am besten abgeschnitten unter den acht Steuer-Apps hat SteuerBot mit 91% in unserem Test. SteuerBot ist so ein echtes, chatbasiertes Programm. Das heißt, per Chat, ähnlich wie bei WhatsApp quasi, führt ihr euch durch eure Steuererklärung durch. Und das ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern kann manchmal sogar ein bisschen Spaß machen, wenn da ein bisschen freche Antworten kommen. Einfach ist SteuerBot vor allen Dingen deshalb, weil sehr wenige Steuerfachbegriffe vorkommen. Das ist ja oft diese Sprache, die uns von der Steuererklärung abschreckt. Aber da werdet ihr durch den Chat eben gut durchgeführt und ihr braucht auch kein ELSTER-Zertifikat. Das heißt, ihr könnt die Steuererklärung dann völlig elektronisch übermitteln. SteuerBot gibt es übrigens nicht nur als App fürs Handy, sondern auch im Browser am PC, wie wir euch in diesem Video mal vorgemacht haben. SteuerBot kostet grundsätzlich 39,99 Euro. Ihr könnt aber die App erstmal ausprobieren, eure Daten eingeben, rausfinden, ob euch die Benutzerführung zusagt. Und erst, wenn ihr eure Steuererklärung tatsächlich mit SteuerBot abgebt, müsst ihr auch bezahlen. Wenn es aber so ist, dass ihr zum einen eure Steuererklärung freiwillig abgebt, also nicht verpflichtet seid dazu, und zum anderen weniger als 50 Euro an Steuererstattung rausbekommt, dann ist die App kostenlos. Ein Nachteil bei SteuerBot ist, dass die 39,99 Euro wirklich pro Steuererklärung gelten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel verheiratet seid und als Paar getrennt veranlagt seid, also zwei Steuererklärungen abgebt, dann müsst ihr bei SteuerBot auch zweimal bezahlen. Bei den Steuersoftwares, über die wir vorhin gesprochen haben, da gibt es pro Lizenz, also pro Einmalzahlen, mehrere Steuererklärungen. Und noch ein kleiner Warnhinweis, bei SteuerBot gibt es die Option später bezahlen. Da zahlt ihr erstmal nur 35 Euro und 10% von der Erstattung. Aber das bedeutet natürlich, wenn ihr zum Beispiel 1000 Euro Steuererstattung bekommt, dann zahlt ihr insgesamt 135 Euro. Das ist auch gedeckelt maximal auf 190 Euro. Und von der Option raten wir euch dringend ab. Für wen ist SteuerBot also geeignet? Natürlich, wenn ihr ein einfacher Steuerfall seid, zum Beispiel als normaler Angestellter oder Angestellte und ihr einfach mit dieser WhatsApp, dieser Chat-Funktion sehr gut zurechtkommt. Und dann gibt es Visosteuer auch eben als App. Und die App hat 88% in unserem Test erreicht. Bei der App ist es so, dass die verschiedenen Themengebiete nacheinander durchgegangen werden. Und was gut ist, die plausibelste Antwort, je nachdem, was ihr eben seid, zum Beispiel als Angestellte, wird dann auch schon farblich hinterlegt und eventuell auf Plausibilität prüft. Das heißt, die App fragt euch, ob das wirklich gestimmt, was du da gerade eingegeben hast. Aber es ist so, dass Visosteuer als App keinen durchgehenden Chat-Modus hat. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Chatbot euch da wirklich alles abfragt. Auch bei Visosteuer als App ist es möglich, das erstmal kostenfrei zu testen und das ihr erst zahlt, wenn ihr auch tatsächlich mit der App abgebt. Und auch da kostet es eben 45,99 Euro für bis zu fünf Steuererklärungen. Also gerade dann interessant, wenn ihr als Paar zwei Steuererklärungen macht oder im Abo 35,99 Euro. Und was ist die Zielgruppe? Letztendlich praktisch alle. Also Arbeitnehmer, Studierende, Rentner, aber auch Selbstständige und Freiberufler. Und die dritte App, die wir euch empfehlen müssen, ist Taxfix. Die haben 81% in unserem Test erreicht. Auch Taxfix funktioniert ganz ähnlich wie Steuerbot im Chat-Modus. Das heißt, da werdet ihr per Chatbot durch die Steuererklärung durchgeführt. Auch Taxfix könnt ihr wie Steuerbot ebenfalls nicht nur als App, sondern im Browser benutzen. Wir fanden aber in unserem Test die Bedienung von Taxfix tatsächlich nicht ganz so intuitiv wie die von Steuerbot. Und außerdem hatte Taxfix tatsächlich auch einen Fehler beim Punkt doppelte Haushaltsführung drin. Und erst auf unseren Hinweis haben sie den korrigiert, haben dafür aber ein bisschen Punktabzug bekommen. Wie auch bei Steuerbot könnt ihr euren Steuerbescheid, Steuerbescheid, den ihr vom Finanzamt bekommt, mit Taxfix nicht direkt prüfen lassen. Und ihr könnt auch keine Belege einscannen und archivieren. Auch Taxfix kostet 39,99 Euro für eine einzelne Steuererklärung. Auch da ist es so, dass ihr die Software erstmal oder die App erstmal benutzen könnt und erst bei Abgabe zahlt. Wenn ihr zusammen als Ehepaar veranlagt seid, also für eine gemeinsame Steuererklärung, zahlt ihr 59,99 Euro. Und auch wie bei Steuerbot gibt es auch bei Taxfix die später bezahlen Option, wo ihr etwas weniger zahlt, aber 10% von eurer Steuererstattung dann obendrauf nochmal zahlen müsst. Und das kann ebenfalls etwas teuer werden. Und deshalb raten wir ebenfalls davon ab. Wann ist also Taxfix etwas für euch? Wenn ihr ledig seid oder einzeln veranlagt seid. Das heißt, als Ehepaar nicht eine gemeinsame Steuererklärung abgebt und ein relativ einfacher Steuerfall seid, dann könnt ihr Taxfix auch benutzen. Wie ihr es bei uns kennt, die Links zu den einzelnen Anbietern, zu den einzelnen Steuersoftwares bzw. Steuer-Apps zu unseren Empfehlungen findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Vielleicht gibt es ja diejenigen unter euch, die sich jetzt die ganze Zeit gefragt haben, wieso soll ich nicht eigentlich Elster benutzen? Und der Punkt ist natürlich der, wenn ihr bereits Erfahrene, geradezu Steuerprofis seid, euch schon jahrelang ins Elster-Programm eingefuchst habt, dann könnt ihr das natürlich gerne weiter benutzen. Und der große Vorteil, ja, ist natürlich, es ist kostenlos. Aber wenn ihr jetzt nicht so Steuerprofis seid, besonders wenn ihr noch nicht viel Erfahrung habt, wenn ihr euch vielleicht sogar zum ersten Mal an eure Steuererklärung rantraut, dann würden wir euch Elster eben nicht ans Herz legen, weil die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ groß, dass ihr irgendwas überseht, einen Fehler macht und damit vor allen Dingen dann weniger Steuererstattung bekommt, als ihr eigentlich bekommen könntet. Und dann sind vielleicht 15, 25 oder auch sogar 40 Euro für so eine Steuersoftware oder eine Steuer-App gut investiert. Abgesehen davon, das wisst ihr wahrscheinlich schon, dass ihr diese Kosten für die Steuersoftware im nächsten Jahr ebenfalls von der Steuer absetzen könnt. Und vielleicht noch eine Bemerkung für diejenigen unter euch, die regelmäßig entweder zum Steuerberater gehen oder zum Lohnsteuerhilfeverein. Ihr habt keinen Dauervertrag in aller Regel mit eurem Berater. Das heißt, wenn ihr es bisher gewohnt wart, dass das jemand anders für euch macht und ihr jetzt dieses Video seht und euch denkt, hey, ich kann das einfach auch mal selbst versuchen, dann tut das bitte, probiert es einfach mal aus, vor allen Dingen vielleicht mit einer von den Steuer-Apps. Und natürlich wird sich euer Steuerberater bei euch melden, aber ihr könnt ihm einfach auch sagen, ich möchte das einfach mal selbst machen. Da wird er sich nicht dagegen wehren können. Und wie macht ihr es? Welche Steuersoftware, welche Steuer-App benutzt ihr? Was hat euch weitergebracht von den Infos aus diesem Video? Und werdet ihr vielleicht euer Programm oder eure App wechseln? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Schreibt es mal unten in die YouTube-Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das waren interessante Infos für euch. Das hat euch weitergeholfen. Dann lasst mir doch einen Like eben für dieses Video da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Saidi.